Das fängt schon mal gut an. Lichtschwerter. Chaos. Haupt. Das macht ein Chaos. Okay. Ich mach's am Haupt. Was ist hier? Nichts Besonderes. Okay, die Kommos gehen auch leicht von der Hand. Hups. Okay. So geht's hier. Wow. Nein. Ja, so einfach geht das. S3! Bereithalten! Kommando informieren! Arme! Ja! Ich kenne euch noch. Wo ist denn der Typ? Na gut, das war's hier auch schon. Ich merke gerade, dass ich heute wenig rede, wenn ich kämpfe. Und ich hoffe, das stört euch nicht. Wie gesagt, es ist noch schwer für mich, das Entertainment zu finden. Okay. Wo bin ich hin? Ich möchte laufen. Ja! Yeah! Ja! Ich bin auf und flog. Ja! Das war cool! Ja! 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 Das war ja. Ich muss schon sagen... Ähm... Ich finde das ein bisschen übertrieben, wie das hier ist, dass sie mit den Machtkräften nicht so übertrieben stark umgehen können. Also dieses, ähm, ich zerstöre mein ganzes Raumschiff mit meiner Macht, das ist ein... Das mag ich nicht so. Also, muss ich schon sagen, ich finde das ein bisschen übertrieben, wirklich. So schlack mir die jetzt auch nicht, oder? Auch nicht hier in der dunklen Seite. Oder? Seht ihr das ähnlich? Cool, noch einen. Was habe ich denn diesmal? Meditation. Das ist natürlich mal ein Nebel. Ähnlich, seitdem ich eine Rote weggehe. Cool. Warum lebst du noch? Boah, hab ich schon gedacht, hat da viel Schaden gemacht. Oh, langsam wird's hier hart, aber. Oh, extrem hart. Weil ich jetzt gerade schon wenig Leben hatte, weil ich mir da einen Machtschubsauger gewartet habe. Das finde ich auch schade. Ich finde, so mächtige Kombos sind ganz toll, auch ein bisschen aufladen, aber dann nicht so lange. Oder? Okay. Ich kriege euch noch. Ja, ich mach dich auch. Ja, ich auch. Ich auch. Und dich auch. Komm schon. Komm schon. Was willst du? Auch wegzurennen. Das hast du davon. Noch Gegner? Noch Gegner hier? Oh, schade. Ah, ein Jedi-Helokron. Leck mich. Oh, die Teichwarte gibt es ja auch schon wieder. Ich glaube, dieser Angriff stellt viel Punkte wieder her, oder auch? Hä? Oh, das ist doch... Fast dran vorbeigelaufen. Ja, gut. Gesundheit kann ich momentan gut gebrauchen. Die hauen wirklich herein, die Gegner. Na, wo sind die denn? Dann mache ich das mal so. Du könnt mich mal. So geht das. Haha, und so, und so. Und dann... Jetzt in der Luft müssen wir weiter metzeln. Und hier sind auch welche drin, oder? Ah, jetzt habe ich mich selbst wieder verletzt. Ganz toll. Ah, gut. Jetzt weiß ich auch, wo dieser Schattierbehalten da ist. Ich denke, ich habe das Gefühl, dass der nicht wirklich stärker ist als die andere. Haha, lustig. Ich habe doch geblockt. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ups. Boah, ich brauche Leben. Leben! Geht's ja immer noch. Ja, jetzt nicht mehr, oder? Geht's doch noch? Nein. Ja, es geht gut vor der Hand. Ich hoffe, es ist nicht so kurz, das Spiel. Um die Ventilator zu stoppen. So, hier ist auch mal was versteckt, wenn man so ein bisschen abseits vom Weg geht. Oder? Hier ist auch mal was. Ja, da hat sich doch schon Gegner. Ich glaube, ich glaube, dass dieser andere Angriff stärker ist, aber ich mache mal auszusehen den Falschen. Könnte ich vielleicht hier weitergehen? Aber ich gehe trotzdem mal hier rein. Ich glaube, ich... Lebt ihr wieder? Wollt ihr mich verarschen? Nein. 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 Und jetzt? Ich glaube, wir können nichts machen, oder? Egal, ich gehe weiter. Ich glaube, ich muss hier runter, oder? Durch dieses Lüffnungsrohr. Achso. Da stehe ich schon. Ich sehe noch was. Okay. Ja, das war auch cool. Brutze! Der redigt ihn! Boah, den habe ich ganz schön zerstückelt. Guck mal, der fehlt ein Arm. Ah, cool. Blitz, schieben, Lichtschwert. Das mache ich denn mal. Schieben ist somit dann ziemlich schwach, ne? Ah, aber muss ich mal schieben. Details. Schadenstärke und Bereich werden gesteigert. Na, das nehme ich mal den Machtblitz. Ich bin ja böse. Da nehme ich mal den Machtblitz, ne? Was war jetzt los? Cool. Halte LT und drücke... Linker Trigger, so? Das ist nichts für uns. Ich muss hier weg! Hahaha, cool. Boah, was ist das denn? Sieht gefährlich aus. Was ist das hier? Kann ich hier durch? Ne, anscheinend nicht. Ich krieg den nicht. Haha. Oh, was habe ich jetzt gerade gemacht? Boah, wo kommt die her? Na, der steht einfach dumm rum und macht nichts. Toller, toller, vielfalt bist du aber. Ma, wo kommst du schon wieder her? Boah. Na, es sind ja mehr hier. Na, die kommen kann ich gegen die nicht machen. Das ist mir auch gefallen. Oh, das ging schnell. Hm. Okay. Ach, schon wieder hier. Vielleicht werde ich die Geisteträger wieder öfters benutzen. Das geht knapp. Hahaha. Ja, der ist cool, dann. Ach so. Wah. Mann, komm schon. Ja, dich kriege ich jetzt, oder? Komm schon, stirb. Mann. Jetzt aber. Oder? 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 Ach, komm schon. Wie bleiben die denn aus? Ach, komm schon. Oder? Jetzt, jetzt kriege ich dich noch, oder? Ach, komm schon. Und, zwei Schläge in die Fresse? Tja. Also, wie gesagt, mir macht das nichts zu sterben. Wenn es euch nervt, dann schalte ich mich jetzt gerade runter. Cool. Boah, der war cool, oder? Boah, was ist das denn? Konter oder so? Auf den Kopf zielen. Auf den Kopf zielen. Meine Güte, wir haben fette Laser, oder? Komm, wir müssen ja auf den Kopf zielen. Und jetzt, jetzt gehen die Kombos besser. Wer lebt noch? Du. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Macht das das Ding immer noch in der Hand, oder? Ja, gut. So viel dazu. Ja, gut. Ich glaube, den mache ich dehnen. Einmal ein bisschen hier. Einmal da. Kegner wegschleudern. Und ablocken. Na, komm. Gut. Lebst du noch? Nee. Okay, geht schon besser von der Hand. Ich habe mir wieder volles Leben. Also, es läuft wieder besser, ne? Lass mich noch in Ruhe. Lebst du immer noch? Ja. Wow, cool. Der wurde desintegriert. Ah, nicht schon wieder. Du. Au. Au. Das machen die Dinger. Ich wundere mich schon. Oh. Verdammt. Weg hier. Boah. Scheiße. Okay, wenn ich dieses Level hier beendet habe, wenn ich diesen Part, ich werde hier nur... Wow. Oh, cool. Die kann ich auch. Weiß. Mach Tricken. Das hier war geil. Weg mit dir. Okay. Oh. Ich kann mich nicht mehr. Oh. Nein. Und du auch. Ne? Töte dich. Töte dich. Töte dich. Töte dich. Wie? Wie immer tötet mich. Töte dich? Weide da? Oh! Um die Schilde der Kriegstruinen zu entfernen. Natürlich. Meine Macht ist unglaublich, ne? Look at my force. My force is amazing. Achso. Achso, ich verstehe schon. Boah, wie viel Schaden machen die denn? Hui. Scheiße, verdammt. Das geht ja ab. Man, übertreibt doch nicht so. Verdammt, ey. 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 Vielen Dank.